Willkommens zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder Quickplay. Ist jetzt die dritte Folge, die ich aufnehme und ja, eine ist gut, die kann ich hochdrehen. Die andere gerade eben war mäßig, aber ich war auch einfach Müllhaufen. Deswegen spiele ich jetzt eine dritte, damit es für euch nicht ganz so schmerzhaft beim Zuschauen ist. Genau, und wir sind auf, ich muss mal schauen, Colosseo. Weil ich immer wieder vergesse, wie irgendwelche Maps heißen, die nicht seit 2000, keine Ahnung, 10 gefühlt im Spiel sind. Richtig Reinhardt, aber Ehrenbrick. Okay, vielleicht kriegen wir den Reinhardt getötet. Komm, 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 Junk. Och, nö, Junk. Schlechte Leistung, ganz, ganz schlechte Leistung jetzt hier. Wirklich. Ich habe mehr erwartet. Das ist ja ein bisschen schwach jetzt gewesen, der Reinhardt war Solo. Ja, nee, sorry, Sojourn, aber da muss ich ganz dringend los. Ah, Hilfe. Ich fühle aber auch die Queen gegen den Reinhardt, muss ich sagen. Ich glaube, da gibt es bessere Optionen. Ja, da gibt es die Queen oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh. Da war eine Menge los. Okay, Ava, minus Nano und minus Shatter. Das ist positiv zu mitmachen, würde ich sagen. Digga, hör doch auf Queen zu spielen. Du bist Giga weggefickt, merkst du das nicht? Und die Gegner pushen dann einfach den Palot hier halt gerade durch. So, hey, was soll das denn? Dankeschön. Ich weiß auch nicht, der Verdienst von einer Queen. Ich fände es aber gut, wenn wir so den Palot jetzt auch wieder zurückbringen könnten. Richtung Mitte und dann Richtung Gegner. Oh, Fire Strike, gut. Einmal Damage aufweinen. Das Ding ist in der Mitte angekommen. Positiv. Jetzt müssen wir es nur auch weiter schieben. Reinhardt wird noch ein Reinhardt. Ja, ehrenwert. Ich wollte auch eigentlich ulten. Ich glaube aber, ich habe meine Q-Taste verfehlt. Ist aber nicht schlimm, weil die Ult wäre, glaube ich, Weißed. Ich krieg dich, Anna. Ich glaube, die Ult wäre Weißed gewesen. Und der Reinhardt ist halt trotzdem gestorben. Deswegen eigentlich gut, dass ich Fettfinger-Topp. Dieses Mal. Also ich meine, Fettfinger ist ja sonst eher so negativ. Aber jetzt war es, jetzt war es gut. Ah man, ich dachte, er bleibt da drin. Ja, jetzt so vielleicht wäre ganz gut. Ja, nice, nice, nice. Ich habe den Reinhardt das zweites Mal. Also ich glaube nicht, dass ich ihn vorhin getötet habe, aber ich war beteiligt von ihm. Jetzt war ich nochmal beteiligt. Ah mein Gott, bleib doch auf, Queen. Du bist super low. Was tust du da? Weißt du? Oh, weiß ich nicht. Irgendwo hingehen, wo du nicht so viel Schaden bekommst? Finde ich halt cool so. Ach man, sag doch was. Dann hätte ich vielleicht mein Damage abgeworben. Nicht denn hier überhaupt. Da hatte ich große Schmerzen. Ich wüsste auch ganz gerne, wo die Sombra ist. Die Pimpel nämlich auf ganz ekelhaft die ganze Zeit in unser Backline rum. Oh, nicht gut. Ja, bitch. Ganz ehrlich. Fick dich. Fick dich, fick dich und fick dich. Nein, ich bin so dumm. Warum fäde ich denn nicht? Fäde nicht vorher aus. Mann. Äh, aber positiv gesehen haben wir gute 5 Meter mehr als die Gegner. Das ist doch potenziell schon mal relativ beruhigend. Das sind doch nur noch 3 Minuten. Wow, wann ist so viel Game beim Vergangenen gar nicht mitbekommen? Oh mein, ouch. Wäre sinnvoll, wenn meine Queen sich da verpieseln würde. Oh mein Gott, was tut sie denn? Sie rennt mit 3 Leben in die Gegner rein, anstatt sich einfach mal zu verpissen. The fuck, warum denn? Raff ich halt gar nicht sowas. Autsch, ouch, ouch. Queen, äh, Rick, 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 Rick ist tot. Ich mein, im Prinzip ist unser Goal auch eigentlich nur noch Contest, ne? Ungefährstens Short Term. Auf der anderen Seite, die Wegwerke können jetzt nicht, also 5 Meter sind halt auch echt nicht viel, ne? Das ist halt ein halbwegs schon wieder Push und dann war, schade. Und dann war es das halt auch wieder. Ja, da bin ich potenziell dieses Mal auf der Seite der Queen. Nämlich, dass man beim Payloads sehen sollte. Ja, fine, 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 that's fine, that's fine. Oh, that's not fine, not fine, not fine. Ich kann auch nur begrenzt hier alleine contesten. Oh, gut, komm her, Junk, komm her, komm her, komm her. Bruder, kriegt man nicht so viel Schaden? Das ist ne Scheiße, oh mein Gott. Haben wir Mails irgendwo? Oh, ich brauche Hilfe, ganz dringend auch eigentlich. Aua. Oh, hier kann man durch, das ist das Neue. Ich hab keinen, der hat, egal, ist mir auch eigentlich egal. Ich finde es auch einfach, dass ich unglaublich will, dass ich actually noch lebe. So, wow, au. Das ist ein Chaos, der packt mich noch im Leben. Aha, tötet den Junk, äh, den Lucio. Der Lucio ist gestorben. Ein wilder Shit. Was ist aber auch super ausgeglichen, ne? Die hatten ja halt zwei gute Pushs, wir hatten einen. Oh mein Gott. Aber metatechnisch sind halt beide Teams auch basically gleich weit. So ist jetzt nicht halt, dass wir nicht vom Flack gekommen werden, die Runde oder so. Scheiße. Okay, ich hab keine Heilung mehr. Äh, Saki, Saki. Ganz kurz. Okay, die Queen hat sich, glaube ich, selber ein bisschen im Leben bis in Eckbrade. Das finde ich gut, dann muss ich das nämlich nicht machen. Spart mir Potenzial Arbeit und Stress. Außer jetzt, weil ich scheine zu pushen. Und das heißt, ich kann nicht heilen. Schmeiß ne Heilkuppel mal darüber. Ne, komm, Digga. Komm, komm, komm. Da wird jetzt sowas von hier in meinen Support Shop gemacht. Oh, da ist irgendwo ne Würde um die Ecke rum. Da hab ich ein bisschen Angst. Ach, Digga. Ich hab meine Ult aber auch wieder. Das ist super gut. Wichtig vor allem auch. Das ist so ne kleine Scheiß-Bitch, ne. Kannst du dich bitte einfach vergraben gehen? Mit deiner Scheiß-Bing-Bing-Bing. Ich geh in die Backline, ich hack dich kurz. Du kannst nichts mehr tun, Ult. Nope. Die Menschen, Digga. Er hat die Überdauer komplett weggebombt. Okay, es wäre actually sehr smart, jetzt halt nicht mehr zu laufen. Sondern halt einfach den Playlock existieren zu lassen. Oh, nice, nice, nice. Support down. Support down immer wichtig. Jetzt noch die Ana wäre super gut. Weil dann könnten wir die restlichen Rücken löten. Ohne, dass wir größere Probleme hätten. Au, 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 au. Ich mag das nicht. Ich mag das ganz toll gar nicht. Oh mein Gott, wild. Gut. Das war ne schöne Runde. GG. Dann 1. Ohne trotzdem. Das war nicht. Das war nicht. Ich mag daseur频 Aha- succeeded. Was war nicht. Was war nicht. Ohne claw nicht. Was war nicht. Untertitelung des ZDF, 2020